Hände, wer ist ein Web-Ende besucht? Ja! Leute! Ja! Wait, please! Warten, anhalten! Stopp! 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 Alle anhalten! Stopp! Fahrschein-Kontrolle! Ja! Schnell, verfolgen! Nein! Wo? Der sich jetzt einen Millimeter nach rechts bewegt war! Ich hole dir eine rein, Alter! Bitch! Können wir jetzt endlich weiter? Soll ich dich mal festnehmen? Na ja, Lutscheid freihändig! Ach, 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 ach! Oh, ach, ach, ach! Oh, geil! Äh, also, ich erklär das mal, weil ich nehm mir noch auf, ne? Das Niveau in diesem Let's Play, ja, wird niedriger sein als beim anderen, weil das hier ist relativ privat, was ich hier aufnehme. Das heißt, ich knall mich ja einfach vorm PC, drück F9 und nehm einfach auf, ohne irgendwas zu planen, ja? Weil zum Beispiel Batman und Terraria, da plane ich ja jetzt zum Beispiel, dass ich zwei Stunden aufnehme oder so. Aber hier nehm ich jetzt zum Beispiel nur 10 Minuten auf und mach dann aus und so. Das ist sehr ungeplant. Und wenn ihr hier das Niveau messen wollt von diesem Let's Play, ja, da gibt's extra ne Formel für, und zwar... Null mal Null. Und zwar geht ihr hier zu Kacken und nehmt dann Zollstock. Leute, ich hab Hunger. Messt denn, wie hoch eure Scheiße ist, nehmt das mal 7 und teilt das durch 1000 und dann habt ihr unser Niveau. Das ist deine eigene Zahl bei 0, hast du nicht gesehen. Genau. Leute, ich hab Hunger. Ja, und? Ja, und? Ich hab' mir vor, du hast doch grad was gefressen da hinten, Alter. Ich hab' ja noch ne Zue Dose, aber die krieg's ja nicht auf. Ne Zue Dose? Nein, warte mal, wir machen immer die Dose auf. Dann muss ich gehen, Paul. Wer ist das hier? Ich. Hey, der Typ, yay. Also, dann wollen wir mal... Ja, ich hab' dir schon ne volle Dose hingelegt. Muss nur noch spawnen. Worin Paul jetzt hin? Muss der pinkeln? Wo ist der Paul? Worin pinkeln? Das muss jetzt nur noch spawnen. Alter Junge! Das weiß ich nicht. Na, du doch nicht. Ich mein' dir denn am Gebüsch haupt. Alex, hab ich nicht. Siehst du mich, Alex? Ja. Da hätt' ich jetzt auch gesagt. Da liegt die Dose, Mann. Wo bin ich denn, Alex? Und hier ist noch eine Zue Dose von mir. Eine Zue Dose. Wo bin ich denn, Alex? Wieso hab' ich nen Apfel mit 0%? Alex, wo bin ich denn? Im Wald. Ja, Paul, ist das weiter Luft? Alter Junge. Alex. Hast du jetzt meine Dose? Alex, ich seh' dich. Ist die, äh, hast die in Hand oder hast du auf den Boden geschmissen? Äh, die hab' ich mitgenommen. Ach so. Okay. Wir sind schon mal vorgerannt. Wo seid ihr? Wir sind schon ein Stück vorgerannt. Ey, wo seid ihr jetzt? Ernsthaft, wo seid ihr jetzt? Ja, im Ernst, wir sind vor... Alter, wo bist du denn hin? Wir sind da hinten rechts um die Kurve. Hahaha. 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 Wir können in der Abkürzung nehmen. Wir können gleich hier quer übers Feld laufen, Alter. Okay. Und... und Alex läuft vielleicht so, okay, äh... Irgendwie gibst du auch ne Taste, womit man sich umdrehen kann. Ich wüs die nur grad nicht. Na doch, ich glaube, ich kenn die. Die wäre? Das ist nach rechts und links schauen. Ja. Ah ja. Drei. Also bei der rechten Taste sind es ja auch so eine Zahl, da drückst du die 3. Achso, na toll, jetzt habe ich meine Achsen angenommen. Du kannst nach hinten gucken und mit 6 und 4 auf der Taste kannst du nach links und rechts gucken. Und du kannst auch schräg nach vorne und schräg nach vorne rechts und vorne links gucken. Okay, ja, okay, ja. Alles klar. Also du kannst auch schräg nach hinten und schräg nach hinten. Dann muss ich mich nämlich nicht immer umdrehen, wenn ich nach hinten gucken will. Hm. Hey. Steine! Oh mein Gott, ich lieb. Wie sollen wir adden, dass man sich hinsetzen kann? Das ist das nächste, was sie adden. Nicht Backfixes, nein! Auf Beckel setzen. Da entwickeln sie dran monatelang. Das ist voll praktisch mit dem Umdrehen. Kann man immer gucken, Alex ist hinter mir, yo. Jojo, ein schwarzer verfolgt mich, ein Erdrümer. Gibt's den noch auf? Ja, klar. Alex, hast du deine Fäuste oben? Hier ist schon wieder ein Hase. Ich seh keinen. Jetzt schon. So, den hab ich jetzt schnell. Jo, ich seh den auch! Ja, sag ich ja. Was haben wir für ein komischen Ding da? Ne, jetzt ist der weg, Leute. Jetzt läuft er. Ahja. Und wie verpackt ihr läuft? Der ist weg. Der ist weg. Ey, guck mal wie das aussieht, Mann. Wie kommt denn weg? Oh, der Roboter ist wieder da. Optimus Prime join the channel. Okay, ich hab wieder Hunger, Leute. Du kannst vergessen, Alter, wir laufen jetzt weiter. Ja. Mann. Mann. Mein Misch... Mein... Mein Magen... Brumms. Kann ein Mensch gar nicht fressen. Ne, eigentlich nicht. Ja, schon. Das ist ne fette... Achmed. Fette Achmed ist das. Jo, Achmed, was geht ab, du Schwarzlocher? Achmed. Ich weiß ja nicht. Die Schwachzen haben irgendwie... Die müssen immer irgendwie viel essen. Guck dir meine, meine Japsenfrau an, Alter. Die hat kaum Hunger, die, Alter. Ja, wisst ihr was, Leute? Bei DayZ müsst ihr euch Frauen nehmen und ne Japsenfrau. Also, chinesische oder japanische Frau. Die hat dann mal so richtig... Richtig knickknack. Nein. Die hat... Die hat zwar, ich glaub, viel Durst. Aber dafür sehr wenig... Die hat viel Durst. Die hat viel Durst. Durst. Wie will euer weißes Zeugs ab. Alter. Ich hab ne Hauptstraße gefunden. Wow. Wir haben mal was gefunden, was vielleicht nicht zum Ende der Map kommt. Fett kommt. Fett kommt. Das hat ein deutsches Wort. Ja, ich... Ich bin, ähm... Halb-Ausländer. Ich bin, äh... Ich bin halb-Ausländer. Ja. Ich bin Hungary. Ich kann nicht so gut Deutsch, aber ein bisschen kann sprechen ich. Also... Wort Deutsch ist ganz gut, fällt nicht gut. Fällt nicht gut kaum auf. Ja. So läuft das. Oh, da ist ein Adler. Nee, ist ein Vogel, Alter. Sag ich also. Was haben sie gut hinbekommen? Alles was fliegt ist gut. Vögel. Sogar... Libellen fliegen. Kugeln. Ja. Aber alles was auf dem Boden läuft ist schlecht. Pasen. Zombies rennen durch Wände. Spieler. Spieler. Spieler können in Wurzeln glitschen. Ja, das hab ich auch aufgenommen. Oder einfach in unsichtbare Räume. Ja. Das hätte ich auch aufnehmen sollen, aber... Dass man das ganz schön ankotzen kann, wenn man da nicht mehr rauskam. Ja, hab ich leider nicht. Schade. Du hast dich leider nicht angekotzt. Nee. Ey Leute, ich weiß nicht wie lange wir schon rumrennen, ne? Alter, wie lange wir schon keine Stadt mehr gefunden haben. Kann ich hier sagen. Seit einer halben Stunde. Ich bin immer noch Energized und T-rated. Ich auch. Nee, ich hab Hunger und T-rated. Sag mal, ist das denn das Mapende? Ich glaub auch, ja. Alter, wird der mich jetzt verarschen? Alter, schon wieder ein Mapende. Sag nicht doch! Wenn das stimmt, renne ich nur noch quer durch den Wald, Alter. Am Mapende entlang mal. Oh Gott. Und jetzt muss ich die Aufnahmen auch schon wieder beenden. So Leute, fünf Meter weiter sind wir wieder mit Fatty-Cum. Nicht kurz ins Zimmer. Was ist denn das hier schon wieder, Alter? Es ist schon wieder so ein... Fail-Spawn, den keiner braucht, Alter. Ein Parkplatz. Und mit einen so richtig schlechten Weg hochgemacht hier. Richtig schlecht rübergepumpt überall. Ja, die sind... Rübergepaint, das ist alles gepaintet hier. Weiße, jetzt sind wir schon wieder auf der Hauptstraße gleich hier rechts. Ey, ohne Spaß, wir rennen einmal am Kreisen. Wir rennen hier den Sandweg. Der führt doch auch wieder ins Nichts, siehste? Ja, besser nichts als Mapende. Ja, und was für ein Sandweg ist dann jetzt hier noch? Naja, nichts. Doch, da links ist ein Weg. Ja, sag ich ja. Ja. Also dieses Spiel... Ja. Wir sollten erstmal die Bugs beheben und die Map wieder richtig machen. Ja, anstatt immer mehr rauszubringen. Das ist ja eine Schiene und keine Straße. Gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Warte nicht da lang weiter rechts, sonst gehen wir wieder zurück. Ja, auch rechts ist doch Mapende. Äh, nee. Doch, ich folge dir jetzt einfach. Hä? Das sieht aber so aus. Ganz ehrlich. Danach ist's Mapende. Ey, da ist ein Haus. Alter, wer wohnt denn hier? Und das Haus? Junge, wer wohnt hier am Arsch der Welt? Jetzt hören wir dann noch... Daidi daidi da... Na, Alter. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Und da gehen wir gucken und da steht ein Player unter der Dusche. Pfff... Er singt grad. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Boah, hier liegen jetzt bestimmt 30 Waffen drin, weil hier nicht jeder ist. Hier haben wir eine Panzerfaust. Ein Auto, ein funktionierendes. Der Minigun. Genau. Alle gehen so mit Fäustern nach oben rein. Drei Mann gehen in den In-Haus. Mann, jetzt bewegt dich, du Arsch. Raum gesichert. Raum gesichert. Alles sicher, alles leer. Alles leer. Ich unterprüf die Hundehütte. Alles safe. Ich bin immer voller, wenn es ein Spieler drin ist. Ah, da kam hier rein, glaube ich. Ja, klar. Ich hab dir doch schon mal ein Screen geschickt, wo da einer... Loche. Was denn jetzt? Du bist gerade einfach in den Boden reingeglitscht. Vielleicht komme ich ja quer da rein. Äh, lol, du bist drin. Jetzt, wenn uns einer ruhen, alter, der muss auch denken, wie sind die aber ämmert. Dann kriechen alle am Boden. Oh, Zombie. Ich hab ihn gehört. Ich hab nichts gehört. Egal, weiter geht die Reise. Warte, ich muss ihn mir lieber vorwärts stecken. Und weiter geht's. Und weiter. Einfach durch. Oh ja, erstmal ganz gechillt hier rüberschrecken. Und quer durch den Wald. Äh, wo lang hier lang? Slenderman, Slenderman. Boah, ich will den wirklich einmal begegnen. Ja, da rennt der Weiße wieder vor, alter. Ich will den Slenderman einmal begegnen. Willst du sterben, oder was? Nein! Aber ich will die Musik hören. Ich will die so geil. Ja, die Musik läuft dir ja zur Zeit, wenn du das spielst. Hast du schon mal Slender gespielt? Das ist schon mal Slender gespielt, Alex. Was? Hast du schon mal Slender gespielt? Ich auch. Ich? Nein. So, wenn die Hosen kacken. Ach, dann, alter. Ohne Scheiß, ne? Das Türmchen bauen, wenn du das spielst, Slender. Aber wie? Aber Leute, guckt auf meinem Kanal. Ich hab da auch noch ein Slender-Video irgendwo. Hast du das Let's Play von GameTube gesehen? Ne. Da sind die in dem einen Raum da, wo diese eine... Wo diese in dem Haus, wo die eine Dusche ist. Ja. Gehen die rein, in die Dusche. Dann gehen sie wieder raus. Auf einmal steht der vor denen im Gang, alter. Ey, übelst schlimm, ne? Die dann so... Da hinten ist ein Haus im Wald. Das ist bestimmt nicht gefährlich. Ne, überhaupt nicht. Mitten im Wald, wo jenseits abgeschnitten der Zivilisation ist ein Haus im Wald. Da kommt gleich die Hexe raus. Alter, die schieß ich nieder, die, Alter. Dann flieh ich mit dem Besen durch die Gegend. Ich fliege die Kinder mit dem Besen über Scharno lang. Das kommt von der Strahlung. Alter, ne. Ach, ne. Oh, ne, Spaß. Mein Spieler rennt durch den Zaun und springt erst danach. Ja, das hab ich erst auch schon gesehen. In dem Bereich gesichert Bereich, ja. Hätt mich auch gewundert, wenn hier was wär. Aber lass mal weiter durch den Wald drin. Oh, du, 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 du. Pustet hier eigentlich noch ein ZZ? Nö. Na gut, ich hab's nicht weiter weg gemacht. Es liegt jetzt ja da hinten in einem Bad. Das ist aber echt ein gutes Headset, ey. Oh, ich bin nicht mehr hydrated, wir sollten was zu trinken finden. Ja, ich bin noch leicht hydrated und leicht energized. Ich hoffe, wir finden bald ein Dorf weiter, damit ich nicht mein Essen im Inventar verschwenden muss, was ganz voll ist. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Aufnahme hier sehr spannend ist. Wenn wir mal was finden würden, wär's spannend. Ach, Mann, Waldtouren sind viel spannender. Guck dir das mal an, der Baum, Alter. Dieser Baum hält sich den nicht in dieser Ausnahme. Holy moly. Auf jeden Fall. Geht ja fünf, Mann. Holy moly. Ja, Mann, geht der fünf, Alter, wie er geschrien hat. Du schießt. Der rennt aus dem Auto. Wow, holy moly. Richtig geil. Was ist denn das hier schon wie für eine Wiese, Alter? Der ist richtig gut texturiert, das Tier. Texturiert, Junge. Richtig gute Texturen. Alter, das sieht auch aus, als wenn hier, als wenn hier jemand Weed anbaut, Junge. Das ist eine riesige Pampf-Plontage auf der Weerung noch, Junge. Das sind nämlich alles keine Zombies, das sind alles, alles unabhängige in dem Spiel. Gib mir Drogen. Ich habe nur sprechen von der, die wollen nicht eigentlich nur drücken und lieber. Die drücken halt immer zu doll. Ja, die beißen nicht dabei. Seht ihr hier irgendwas? Ich sehe nichts, ich meine. Ich sehe hier nur gerade Drogen. Ja, Weed. Das Ticket das Weed doch dann sich was. Ich muss die Aufnahme schon wieder kurz anhalten oder beendet. Ich weiß es nicht, mein Faddy kommt schon wieder rein.